Hallo zusammen, euer Forscher Kimme Guck ist heute wieder für euch da und heute wollen wir mit euch Samenbömmchen herstellen. Samenbömmchen sehen so aus. Wir haben schon mal vorher welche für euch gemacht. Die sind steinhart, da sind Samen da drin. Gebt ihr mal eine in die Hand und fühlt sich an. Erfunden hat es ein japanischer Reisbauer, der mit möglichst wenig Aufwand sein Reisfeld bestellen wollte. Und so hat er solche Kugeln geformt, in denen die schon ganz viele Mineralstoffe enthalten sind, so dass er seine Erde nicht mehr düngen musste. Und dadurch, dass die Samenkugeln so hart sind, sind sie auch vor Vogelfraß geschützt, die Samen, und können auch nicht so leicht vom Wind verweht werden. Und wir können damit schnell halbe Stellen im Garten schön mit Blumen besetzt. Das probieren wir jetzt einfach mal mit euch zusammen auf. Um Samenkugeln zu machen, brauchen wir folgende Sachen. Wir brauchen etwas Tonerde. Die bekommt ihr im Baumarkt. Oder wenn ihr nicht so viel davon haben möchtet, nur ein paar Kugeln machen wollt, dann könnt ihr auch Heilerde aus dem Doberiemarkt verwenden. Die ist etwas teurer, funktioniert aber genauso. Dann brauchen wir normale Gartenerde. Natürlich unsere Samen. Ich verwende gerne Samenmischungen, die besonders für Insekten geeignet sind. Ihr könntet alternativ natürlich auch Kräutersamen nehmen. Nehmt einfach das, worauf ihr gerade Lust habt. Dann brauchen wir noch etwas Wasser. Eine Schüssel, um das Ganze anzurühren. Ein Gefäß zum Abmessen und einen Löffel. Und schon kann es losgehen. Zuerst brauchen wir fünf Becher von dieser Tonerde. Dann machen wir es mal. Gehen wir einfach in unsere Schüssel, oder? Ja, die ist schön weich. Das fühlt sich ganz samtig an. Fünf Becher davon. Und fünf. Was kommt als nächstes? Die Erde klappen drei Becher. Okay. Drei Becher Erde. Drei Becher von der Erde. Da hat es also große Wurzelstückchen drin sein sollten in der Erde. Jetzt hier bei mir, kann man die zur Seite legen, damit die Kugeln schön fest werden können. Die sterben uns sonst später. Eins. Was fehlt uns dann noch? Die Samen und ein bisschen Wasser. Okay. Wir brauchen einen Becher von den Samen. Ich würde sagen, bevor wir das Wasser dazu geben, verrühren wir es erstmal. Manche mögen es lieber mit der Hand. Ich glaube, wir machen es mit dem Finger. Oder? Mit dem Löffel, nicht mit dem Löffel. So. Ich habe noch ein Stückchen drin. Fühlt sich mal ganz gut an, oder? Ja, das ist ein bisschen wie ein Sandkasten. Genau. Sandkastenskose. Und jetzt noch ungefähr ein Becher Wasser. Ja. Das muss man immer gucken. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie trocken die Erde auch schon war oder wie feucht. Es sollte nicht zu matschig sein, also nicht so flüssig, dass es einem wegläuft. Es sollte so ein Matschepump werden, den man gut formen kann. Ich nehme mal aus, wie es für uns ist. Wirklich schön matschig, oder? Ja. Wie so Kuchenteig. Es geht wirklich besser mit den Händen als mit dem Löffel. Und macht Kindern gemeint auch ihre Spaß. Matschen ist immer gut. Ich glaube, bei mir kommt die Wassermenge relativ gut hin. Ich gebe es auch noch ein bisschen Wasser. Ich gebe dir ein bisschen. Danke. Ich nehme mir auch noch ein ganz bisschen viel. Und falls es euch zu flüssig wird, gebt ihr einfach noch ein bisschen Tonerde dazu oder andersrum, wenn es zu fest ist, noch ein bisschen Wasser. Und dann nimmt man sich ungefähr eine walnussgroße Menge und formt die einfach zu einer Kugel. Oh je. Probier mal, das Ding kriegst. Für eine walnussgroße Menge. Die kann man dann so richtig schön ausrollen. Bisschen drücken dabei, halt wie eine Matschekugel macht. So. Und die lasst ihr dann einfach ungefähr zwei Tage in der Sonne liegen und trocknen, bis sie ebenso steinhart ist wie die Kugeln, die wir euch am Anfang gezeigt haben. Und dann könnt ihr sie nehmen und einfach irgendwo in euren Garten werfen. Das einzige, was die Kugeln wirklich brauchen, ist Wasser. Also falls es nicht regnet, dann müsst ihr einmal gießen. Und dann beobachtet ihr einfach mal, ob aus so einer Kugel wirklich Blumen wachsen können. Meinst du, das funktioniert? Okay. Ja. Okay, dann probieren wir es auch. Wir haben für euch jetzt mal eine Samenkugel in einem Blumentopf gelegt, um sie besser beobachten zu können. Ihr seht, schon nach wenigen Tagen hat sich einiges getan. Die ersten Blumen fangen an zu wachsen. Man sieht auch da die Wurzeln, glaube ich, sehr schön drin an der aufgebrochenen Stelle. Also es funktioniert wirklich mit der Samenkugel. Und jetzt wünschen wir euch wieder viel Spaß beim Forschen. Und jetzt wünschen wir euch einigen Janus. Ich freue mich auf deinen Geist. Ich freue mich auf den Kugeln. Ich freue mich auf die Wurzeln. Ich freue mich auf die Wurzeln, mit der Wurzeln und ihr euch auf den Wurzeln. Vielen Dank.